naja versuch unter erschwerten bedingungen heute mit augen verbunden man hat uns zum glück schon den teller hier hingestellt und gesteck in die hand gedrückt hast du dein hotel auch gefunden ich habe ich habe meine gefunden also es riecht cool hier ist es nicht von speck total würzig irgendwie ich muss jetzt gucken ob ich das wort ist voll schwierig weil ich kann das war mit den fingern heran gehen ich krieg es nicht im mund es ist drauf weißt du denn wo du anfängst zu schneiden ja kann ich probieren nudeln okay das ist mir zu schwer ich weiß nicht wie das hinkriege hängt es wer ist denn omelette